So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Wir haben wieder ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet und das ist jetzt ganz spontan entstanden. Eigentlich wollte ich heute gar nichts hochladen, aber es ist ja Dienstag. Gestern wurde schon gefragt, ob es ein Gewinnspiel wieder gibt. Und ja, wir machen ein Gewinnspiel und diesmal hat es in sich. Beim letzten Mal haben wir nämlich einen Level 41er Account verlost. Dann haben wir 5 Shiny Okinawa Pikachus mit Hemden verlost. Wir haben die Ballons aus Okinawa verlost. Und heute haben wir einen Level 46 Account. Und das ist richtig brutal. Eigentlich müsste man den da 50 spielen und raushauen. Und ja, ich möchte mich erstmal beim Diembacher bedanken oder auch Waldbacher. Ihr kennt ihn vielleicht als Waldbacher aus dem Chat. Sein Account heißt eigentlich Diembacher. Und der Account, um den es geht, das ist ein Account von ihm, der heißt Bretzfelder. Das ist der Account, um den es heute geht, der Bretzfelder Account, Level 46, hat 12 von 18 Millionen momentan. Und der hat natürlich einiges zu bieten, Shinies, Legendäre, Hunderer, alles was das Herz begehrt. Das wollen wir euch gleich vorstellen. Und ihr könnt diesen Account gewinnen. Einer von euch kann diesen Account gewinnen. Ich kann jetzt schon mal wieder sagen, was ihr tun müsst, um den Account zu gewinnen, ist, schreibt einen Kommentar unter das Video mit eurem Trainernamen. Mit einer Begründung, warum ihr den Account gewinnen wollt, beziehungsweise was ihr damit vorhabt. Ob ihr den einfach nur ausschlachtet oder ob ihr den als neuen Account nehmt, weil euer Account Mist ist. Was total unfair wäre dem alten Account gegenüber. Der Adi stürmt schon wieder das Gewinnspiel. Und drittens natürlich dem Hashtag, der für dieses Gewinnspiel extra angelegt wurde. Den werde ich euch aber dann erst am Schluss sagen. Und so lange müsst ihr warten. Gleichzeitig mache ich die Gewinnspiele ja immer am Dienstag. Und wir lösen am Montag darauf auf. Diesmal ist es aber anders. Denn der nächste Montag wäre der 6. Juni. Das ist nach dem Go-Fest. Da ist Kyoko noch in den Raids. Und dadurch, dass wir über das Wochenende ja in Gera sind beim Thomas und da das Go-Fest zocken, kann ich am Wochenende keine Kyoko-Raids machen. Und nur für euch, dass ihr trotzdem mit uns Kyoko-Raids machen könnt oder mit mir oder wer da Hilfe braucht, werde ich den kompletten Montag dann versuchen, Kyoko-Raids noch anzubieten, weil am Dienstag das schon wieder verschwindet. Deshalb wird es am Montag wohl kein Max Out Monday geben. Es wird wohl kein Chill mit Ramses geben. Es wird am Montag Kyoko-Raids geben, weil ich nur am Donnerstag und am Montag die Möglichkeit auf Kyoko-Raids habe. Ich selber auch noch ein paar XL brauche. Wochenende also Go-Fest. Und das ist halt jetzt das Special zum Go-Fest. Ein fetter Account Level 46. Wer jetzt rechnen kann, wenn es nicht am 6. Juni verlost wird, dann wird es wann verlost? Am 13. Juni. Aber am Montag bei Chill mit Ramses beim Livestream abends. Der startet 20 Uhr und 21 Uhr ist dann die Verlosung für den Account am 13. Juni. Ihr müsst live anwesend sein. Wenn ihr gezogen werdet, müsst ihr da sein. Und mehr ist eigentlich nicht zu sagen. Schreibt einen Kommentar unter dieses Video. Mit eurem Trainernamen, mit einer Begründung oder was ihr damit vorhabt. Und mit dem Hashtag am Ende. Und den Hashtag gibt es auch hier am Ende. Den sage ich euch jetzt noch nicht. Jetzt zeige ich euch erstmal den Account. Der ist also Team Rot. Der heißt Bretzfelder. Level 46. Wir gehen mal hier raus. Was will man da zeigen? Wir gehen mal hier drauf. Wir zeigen euch jetzt mal zum Beispiel alle Legendären. So, was hat er hier für Legendäre drauf? Wir gehen mal nummeriert hier durch. Wir haben da Arctos, Zapdos, Lavados. Wir haben hier Shiny Mewtwo. Raikou, Entei auch als Shiny. Suikun auch als Shiny. Lugia. Hier sind auch die Krypto-Lugias drauf. Und hier ist sogar das Apex Krypto-Lugia. Also das ist normales Krypto. Das ist Apex Krypto-Lugia. Ho-Oh ist am Start. Apex Ho-Oh ist auch am Start. Wir haben Regirock. Regirock auch als Shiny. Regie-Eis und als Shiny. Regie-Stil. Wir haben Latias auch als Krypto. Wir haben Kyoko, Groudon, Selve, Vesprit, Vesprit, Shiny. Wir haben Dialga, Palkia, Glücks, Hedran, Hedran, Shiny. Alles dabei. Wir haben Giratina. Wir haben Chryselia. Wir haben Kobalium und auch als Shiny. Wir haben Terrakium. Wir haben Viridium und auch als Shiny. Wir haben Boreos. Wir haben Voltolos. Die Tiergeistformen. Wir haben Regiram und auch als Shiny. Wir haben Sekrom und auch als Shiny. Wir haben Kyurem plus auch als Shiny. Und wir haben die Lieblings-Pokémon von euch allen. Wir haben hier Kaburiki, Kabufalla, Kabutoro, Kabukimme. Wir haben Zamasenta am Start. Freue mich auch schon, wenn der zurückkommt. Das sind die Legendären. Wir zeigen euch jetzt mal die Hunder da. Da geben wir mal 4 und Sternchen ein. Boah, ich kriege das immer nicht hin mit dem iPhone. 4 Sternchen. Was für 100% Pokémon sind da drauf. 569. Das ist einiges. Wir haben Bisa, Floor, ganz viele. Glurax, Durtox, Smetbo, Taubos, Radikal, Ibitak, Arbok, Pikachus, Raichu, Sandamas. Also vieles von der ersten Generation. Wir werden jetzt nicht alles vorlesen. Wir werden einfach nur so ein bisschen durchscrollen. Machomai, 100er Armee am Start. Ganz viele. Damit könnt ihr auf jeden Fall was anfangen. Geowatz, auch richtig cooles Pokémon. Magneton, als Magnetone. Richtig guter Elektroangreifer. Ja, Gengar, 100 ist da für Mega Gengar. Hypno, wer GBL spielt. Ein Voltoball, auch als Hisui-Version. Dann die Coco Wise. Coco Wise, ne. Hier ist Garados am Start. Für Mega Garados. Wurde auch schon entwickelt. Ist auch schon auf Level 50. Richtig stark, also auch. 100er Labras sind am Start. Hier ein paar Evolis und Entwicklungen. 100er Aero Kacksprü, Limpa Gator. Wir wollten nicht alle vorlesen. Toggetik, 100er. Da könnt ihr ein fettes Toggekiss draus machen. Was haben wir noch alles? Hier noch Evoli gedöhnt. Sonst was. Bla, bla, bla. Garaborn. 100%. Weiblich. 100% Shiny Mantax. Das ist auf jeden Fall nett. Capoeira 100. Hatera 100. 100er Despo da. 100er Despo da. 100er Krypto Sumpex da. Oh mein Gott. Dann hier noch anderes Gedöns. Gadevor 100. Hier Hariyama als 100. Der ist eigentlich auch ganz fetzig. Stolos als 100. Für die Mega-Entwicklung auch nochmal. Pandir 100. Das sind Sachen, die habe ich noch nicht mal. Tausche es dir doch rüber. Ja, dann geht es ja kaputt. Bruder Lander als 100. Metacross als 100. Dreimal drauf. Hier wieder die Starter. Dann hier wieder Roserade. Was jetzt bei Caputora auch ganz fett war. Grammchef am Start. Scroll-gefährlichst weiter. Knackrack 100 ist hier auch dabei. Rexblissar Magnetzone. Haben wir sogar schon dreimal 100er. Rihonja 3, 4, 6, 9. 100er Dangolos. Ele Voltec. 100er Toggekiss. Ach okay. Ich bin ruhig. Da sind auch 100er am Start. Alles. Mammut, Telamee. 100er am Start. Richtig fette, große Sachen. Brokulos. Stalobor. Auch mega nützlich. Hier ist sogar ein 100er Rabigator. Das sind Dinge, die habe ich einfach noch gar nicht. Symbolara 100. Bruder, was geht. Dann haben wir hier die Kronjubilds. Wir haben das. Wir haben jenes. Wir haben ja auch Skalabra. Ist auf jeden Fall auch cool. Wir haben den Duodino als 100er. Den könntet ihr noch entwickeln und was Fettes draus machen. Fiyaro. Flabebel. Keufwaff. Elezart. Felinara. Alles, was das Herz begehrt. Die ganzen Starter hier auch. Alle als 100er am Start. Die Choreogels. Kommandutan. Sogar Kabu Toro. Mein Lieblings-Kabu. Auch hier als 100er am Start. Und wenn das nicht schon reichen würde, guckt man uns natürlich auch noch die Schillernden gerade mal an. Was für Schillernde drauf sind. Ihr habt ja auch ein Alola Raichu. Was vielen sicherlich auch noch fehlt und auch an sich seltener ist, da es ja nur aus Raids kommt. Nicht zu verwechseln mit CD-Shinies, die nicht so krass sind. Das haben wir noch als persönliches Highlight. Okay, hier ist Shiny Ditto mit drauf. Wer da noch keins hat. Shiny Mewtwo geht ja immer mal, nimmt man immer mal mit. Dann haben wir hier ein Krypto-Shiny. Wir haben hier das 100er-Shiny. Das haben wir euch ja schon gezeigt. Hier sind kostümierte Shinies auch drauf. Da haben wir Blacks, die es so gar nicht mehr gibt. Farbigel-Shiny auch. Ist auch selten für viele. Ein paar legendäre Shinies. Hier auch nochmal kostümiertes Shiny. Hier weitere legendäre Shinies. Das habt ihr vorhin schon gesehen. Die Oxys-Shiny kann man nicht tauschen. Die sind an den Account gebunden. Aber habt ihr hier auch die Normalform und die Angriffsform, so wie es ausschaut. Knacksel am Start, Magnetzone. Ihr habt Dark Reis, dasselbe. Ist ja auch ein mysteriöses. Könnt ihr nicht tauschen. Ist an den Account gebunden. Hier noch mehr. Hier noch anderes. Hier noch Baby-Shiny. Aus den Eiern entwickelt. Griffeldes. Auch sehr nett. Die legendären Shinies hier unten. Und Costuso. Was ja auch relativ neu ist. Das ist auf jeden Fall also mega brutal. Mega fett. So ein heftiger Account. Ich weiß nicht, was man noch zeigen kann oder zeigen sollte. Ansonsten hat er hier 1900 Pokémon Platz. Der hat 4000 Item Platz. Das sieht auch gut aus. Ist da noch was drauf. Da sind sogar noch Top-Lade-TMs. Das sind noch 299 Sonderbonbons. Drei Fan-Raid-Pässe. Da ist hier ein Ticket drauf. Fürs Kämpfen. Okay. Hier sind 1110 Superbälle noch drauf. Etliche Lok-Module. Etliche Knurrs. Etliche Entwicklungs-Items. Die Lok-Module würden euch ja auch helfen. Auf dem Haupt-Account. Wenn ihr das als 2. Account nehmt. Irgendwo sitzt. Mit 2 Handys. Mal ein Modul anmacht. Dann euch gegenseitig da unterstützt. Und boostet. Das ist also auf jeden Fall der fetteste, größte, brutalste Account. Den es je bei uns gab. Deshalb Grüße gehen raus an den Dimbacher. Beziehungsweise an den Waldbacher. Beziehungsweise an den Bretzfelder. Denkt dran. Schreibt einen Kommentar unter das Video mit eurem Trainernamen. Dass man das zuordnen kann. Mit einer Begründung. Ihr könnt das ja machen. 1, 2, 3. Untereinander. Trainername. Begründung. Und als drittes den Hashtag. Und den Hashtag gebe ich euch jetzt. Der Hashtag heißt nämlich. Der Dimbacher macht Sachen. Ist das nicht genial. Achtet bitte wieder auf die Groß- und Kleinschreibung und alles weitere. Das heißt. Man kann doch immer was machen. Sachen hier. Der Dimbacher, der macht auch Sachen. Und jetzt der Dimbacher macht Sachen. Das klang auf jeden Fall total lustig. Also wenn ihr das hier dimp lest. Der Dimbacher. Nein. Das heißt. Der Dimbacher macht Sachen. Mehr ist es nicht. Ich hoffe man sieht das. Es steht hier so drin. Der Dimbacher macht Sachen. Das ist der Hashtag. Den schreibt ihr unter das Video. In eurem Kommentar. Schön untereinander am besten. Dass das gut aussieht. Aber diese drei Infos brauche ich. Und dann wird das Ganze ausgelost. Bei Chill mit Ramses. Im Livestream. Immer montags ab 20 Uhr. Auslosungen immer ab 21 Uhr. Aber diesmal nicht am 6. Weil wir da Kyoko Rates machen. Sondern am 13. Das sind zwei Wochen Zeit. Weil das ist so fett. Ich möchte wirklich. Dass viele Leute die Möglichkeit drauf haben. Und das hier einfach komplett ausrastet. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und denkt dran. Ich könnte nicht so coole Sachen anbieten. Wenn ihr mir nicht so coole Sachen zur Verfügung stellt. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.